Hallo, Leute, zurück mit einer neuen Folge Rotrisch. Und was fehlt? Klar, Muckel. Äh, was haben wir denn jetzt eigentlich noch für Strecken? Das ist Level 3. Ich bin mir gar nicht sicher, ob da noch Level 4 danach kommt. Wir haben noch so City. Pacific Highway habe ich geschafft, auch wenn ich bis den zweiten Platz gemacht habe. Level Valley habe ich durch und Sierra Nevada auch. Ich weiß nicht, was danach kommt, Leute. We will see. Klammern wir die City rein. Meine. Krass, Strecke? Ist ja wirklich nie meins. Also, erstmal den Schluck Kaffee genommen. Aufnahme scheint zu funsen. Die Grinsebacke ist da. Die Grinsekatze. Wie gesagt, nochmal kleiner Tipp. Nagelfahr LP. Der macht gerade Alice Madness Returns. Ein richtig schönes Let's Play. Nicht so plump wie meins, aber sowas kann halt auch nicht jeder. Also, so plump wie ich kann nicht jeder. Ja, Baby. Haut euch ruhig auf die Fresse. Das finde ich super. Ja, genau. Mein Reden, Leute. Hier ist es ein bisschen schwierig mit von wegen, auf den Horizont zu achten. Weiter, wenn die Häuser eigentlich sind. Du lässt mich hier nie in der Häuserwand klatschen, Alter. Also, lieber bremse ich ein bisschen ab. Ich sag's dir. Aber die Karre steht wirklich sofort, wenn du nur die Bremse anpipst. Also, das ist... Ich glaube, einen 911er bekommen sie eingebaut. Uyei, 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 uyei. Was zur Hülle war das? Erster Fail dem Part. Das so Strich machen. Weiß Bescheid. Hier, komm. Zück dem Leistabkeule. Ah, den hab ich nicht mal gekriegt. Also nicht mal so ein bisschen genug Tog, ich meine, oder, Freiheit. Alter, das ist aber auch verdammt schnell. Jetzt wirklich wieder bloß so auf die Bremse ganz kurz, vielleicht eine halbe Sekunde, steht die Kiste. Mensch, jetzt war der Strich. Nein, der hat Strich, meine Leute. Nein, nein. Wo kam der jetzt auf einmal her? Bastet, okay, lief jetzt voll nicht. Dafür lasse ich jetzt mal tatsächlich mal die Sequenz laufen. So mies. Ja. Na gut. Zum Glück noch nicht so alles an Geld ausgegeben. Also insofern, das geht schon. Ist aufgerissen, auch nicht so hart. Ja, 1200 Dollar, lech. Muss man echt gucken, kurz jetzt denn im Menü, wenn ich nicht mal hab. Ach so, 7300. Ja, okay. Leid nochmal. Ach, wisst ihr, was ich nicht mache? Ich hab ein bisschen Panik, das ist jetzt falsch ausgedrückt, damit wir mal einen Safestack setzen. Und so, das dürft ihr ein Bild haben, dieses No-Saving. Aber ansonsten, der Mauffei gar nicht. So. Ich hab mir schon eine Forstkippe gedreht. Aber wie will sie. Na, jetzt schaffen wir das. Aber ich frag mich dort, wo, wo auf einmal dieses Uniformierte etwas daherkam. Ich meine, da war einer mal, ja, irgendwie so 5 Kilometer vorher, so gefühlt. Ich glaube, der flog gut. Da vorne ist nur sein Forstet-Uniform. Das ist einer von unseren Kinspielern. So, jetzt ist er da an dem anderen Auto eingenehm, was mich jetzt gerade nicht stört im Hinterkopf. Bitte gut. Okay, jetzt läuft's gerade. Richtig sein, ne? So was darf ich immer nicht sagen, ne? Den Ports, die Ports, wie um die Schnauze. Dann sieht ein L wieder tief in. Wieder L? Das war beim letzten Mal schon so, dass es mich da irgendwie bei dem Sprung so dermaßen nach Ritze rüber gehauen hat. Ich frag mich nie, warum. Ich habe keine Ahnung. Erwischt. Ist jeder platz im Altenheim frei? Das ist böse Humor, Leute. Sorry. Was sagt man nicht? Ach, keine fünf Kilometer. Meilen? Ich sehe nicht. Ein schönes Gitarren-Solo gerade gewesen. Au. Am Ende des Liedes, das war beabsichtigt. Ist das jetzt die Zwei oder die Drei? Ach, lass doch die CC eben, wenn das ja kein Ramm machen. Mach's halt schon. Oder auch für ein bisschen was Häderes am Muggen jetzt hier. Loh. Oh, synchron auf die Schnauze fällt. Aber ich bin näher am Moppet. Ich bin näher am Moppet. Jetzt fallen wir über dir deine Dreckskiste drüber. So. Alter, ihr parkt hier echt scheiße. Ich bin mal gespannt, ob es danach tatsächlich noch eine Klasse gibt oder ob die Drei die letzte war. Weil bessere Motorräder können wir definitiv nicht mehr kaufen. Wir können zwar in der Superbike-Klasse, da gibt es noch ein oder zwei Kisten, die sind teurer. Aber. Ich habe ehrlich keine Ahnung, ob es denn irgendwie weitergeht. Oh, das war knäppig. Komm, Alter, mach ein Schuh. Ich habe es dir am Anfang des Let's Play schon gesagt. Ich habe mir den Helm eckig. Boah, super. Das ist mein Moppet. Der Strich lassen wir hoch. Also, wenn er das wirklich als Special zusammenschneiden will, hat er was zu tun. Wenn ich ein bisschen glatt am Überlegen sein, ob ich noch ein paar Runden fahre, einfach damit er was zu viel kriegt. Aber, ich muss echt sagen, ich bin jetzt selber sehr, sehr stolz auf mich, dass es mit dem Ragen außer mal so ein kleines A-Loch oder sowas sich sehr, sehr stark in die Hände stellt. Ich bin eh nicht der Riesenflucher. Wenn ihr wer Fluchen sehen wollt, guckt euch den Nagelfahrer an bei Gossix. Aber, ich glaube, ich habe zwei in der letzten Parts, wenn das jetzt hier rauskommt. Äh, müsste der Part von Mittwoch gewesen werden? Gerade gut abgewinnt. Mittwoch oder Lisa, weiß ich nicht. Also da war nicht mehr viel mit Aussuchen in welche Richtung ich fahre. Ich habe übrigens noch mal im Internet geschaut, es gibt ja ein aktuelles Spiel, was sehr selten verbeschlägt, das heißt aber nicht Rotredemption, das heißt Rotredemption, ziemlich heftiges Ding, hat der gerade Anhalter gemacht oder was? Hier bin ich gerade irgendwie beabsichtigt, ein bisschen Vorsicht, das ist sehr eng. Aber wieder eine von den armen Mädels überlaufen, da gibt es aber eine Menge von, das war jetzt fast nicht mehr der Absicht. Hat sie da gehakt? Das übrigens, das weiß ich nicht, was das ist, was da jetzt gerade so saß. Das ist einer, der auf dem Skateboard robbenderweise über die Straße will. Dann gibt es das Anschieben. Ich fahre relativ langsam jetzt hier gerade durch, ich weiß Leute, aber das hat sich auch gelohnt. Und ich mache mir jetzt erstmal ein Kippchen da, Leute. Oh yeah! Kaffee in die Scharnauze. New Level. Das ist voll doch ungemein. Das Lied ist jetzt straight und ruhig, aber schön. Also gefällt mir. Level Possession. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch irgendwie steht. Steht eigentlich bei den Stricken wie anders die sind. Das war jetzt Quatsch. Da würde ich rein. Ah, Kilometer sind es da. Ich bin auch der. Einfach mal lesen, ne? Das sind ganz schöne Monster-Wimmel. Also es gibt Level 4 auf jeden Fall auch. Ich werde jetzt kein neues mehr anfangen, das Not sind nicht. Das schaffe ich nicht in der Zeit. Aber was ich mal gucken will, ist es, wie das Beige zu ihm aussieht. Ich möchte eigentlich gar nicht wirklich was. Also wenn denn schön fahre ich mir wirklich auf die Diablo. Weil die ist irgendwie... Natürlich, das ist das. Gucken wir uns das einfach mal an. Wir kaufen gar nichts mehr irgendwie. Diese Einblätter fehlt mir eigentlich für so ein altes Becker gar nicht verkehrt. Was würde diese tolle Beschreibung? Handling Orgasmic. Acceleration lethal. Top Speed. Blinding. Das ist schon... Weiß man sofort, was gemeint ist, ne? Kein Problem. Okay, gut. Das soll es aber trotzdem für diesen Part gewesen sein, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Jetzt ist auch gerade das Lied aus. Wunderbar. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffe ich. Also, ich sehe euch nicht, aber ihr mich. Also, eigentlich hört ihr mich auch nur. Ach, ich laberscheiße. Leute, macht's gut. Ciao.